Das Einfachste ist dieses Selbstvertrauen oder diese Selbstverständlichkeit auch, was die Wiener und auch dann da insbesondere die junge Generation hatte. Sie sind halt aufgewachsen, Wien ist die Nummer eins. Nicht nur in Wien, nicht nur in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Ob das jetzt stimmt, scheißegal, sie sind die Nummer eins. Und das haben sie den Leuten immer wieder eingetrichtert. Ja und so sind die ja auch früh aufgestanden. Hier halt mit der Brust und nicht so, sondern die sind halt so gelaufen. Und ja, das haben wir natürlich in der Art auch nicht gekannt. Aber du nimmst das mit und du gehst halt dann auch einfach so raus. Und so musst du ja als Ultras auf die Bühne rausgehen. Wenn du da nicht mit breiter Brust läufst, dann brauchst du dich nicht ins Stadion stellen oder brauchst erst recht nicht auf die Straße gehen. Und ich glaube, das hat uns echt enorm geprägt. Und das ist so das Wichtigste, was wir aus Wien mitgenommen haben. Ich habe zu einem dann gesagt, sag ich, was ist, wenn man so eine Ultrasgruppen kriegt, nicht? Die Rapid-Fans gehören halt quasi in die Rapid-Familie. Das ist jetzt Mannschaft, das ist Rapid-Fans. Und die machen ja dann einfach den Mythos Rapid aus. Ich konnte damals nicht mehr hinfahren, aber ich habe die Freundschaft niemals aufgegeben. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht das Ganze wieder von vorn los. Der nächste Nürnberg ist da und will irgendwie so eine Freundschaft. Aber bei denen war das eigentlich ganz anders. Ein super Kerl, der hat glaube ich 100 Rapid-Matches am Stück gemacht. Deutschland-Ultras halt, ja. Mit einem Bauchtascher, mit einem Umro-Bulley, mit einem weißen Rauch, Säuren oder auch Schwarze, wenn ihr einen guten Tag gehabt habt. Ja, die Freundschaft war schon immer etwas Besonderes, weil Ultras Rapid uns ein gewisses Level von fünf bis zehn Jahren voraus war. Und dann habe ich gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir machen das einfach. Und das zweite ist, ich fall jetzt auf die Knie vor Scham und gehe zum Tommaso, dass wir nicht in der Lage sind, auf diesem Zaun zu klettern und diese Spruchbahn hochzuhalten. Und bitte erspart mir diese Schmach. Also die Zeit meiner Inhaftierung war natürlich für mich eine ganz schwierige Zeit. Oder es war das schwierigste Jahr meines Lebens. Wenn man sich seit 15 Jahren kennt, dann entsteht da einfach eine Freundschaft. Jeder Mann verdeutlicht, was Ultras ist. Dass Ultras viel mehr ist als ein Choreo, als eine Fackel. Diese Solidarität, für das leben wir und dieses Gemeinsame. Und das ist Rapid Wien und FCN und das ist Ultras. Und immer war für uns klar und immer war zum Bader gesagt, auswärts. Das darf nie auf deutschem Boden passieren, das Spiel. Das war das Spiel, wirklich des Jahrhunderts. Ich würde sagen, da waren wir halt alle frei. Ich selber für meine Person, das habe ich glaube ich immer wieder erwähnt und das gebe ich auch immer ehrlich zu. Ich sage jetzt mal, in der Anfangszeit bei Uters Abit, also meiner Anfangszeit bei Uters Abit, vorher erstmal nicht so viel anfangen konnte mit der Freundschaft zu Nürnberg. Diese ganze Zeit zu verstehen, ist sehr schwierig zu transportieren, weil es gab in Nürnberg nicht diese Welt, wie wir sie heute erleben. Die Wiener haben die Ultras-Kultur auf jeden Fall tiefer verwurzelt in ihrer Kurve. Gerade wenn man runterfährt und sieht, viele Leute in der Kurve einfach mit Ultras-T-Shirts sich damit identifizieren, ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mehr noch verankert, als das Ganze bei uns ist. Also ich finde es auch Wahnsinn, wie die beiden Gruppen diese Freundschaft wirklich auch über Jahre hin auch sich zelebrieren teilweise. Das gehört aber dazu, das ist einfach Fußballgeschichte, da gehört einfach ein wenig Selbsterstellung dazu. Zusammenhalt, Loyalität, Ehrlichkeit und das ist ja etwas, was ja auch im Prinzip jeden einzelnen von uns charakterlich geprägt hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020